Sieht wieder nach einem Kampfgebiet aus. Leon! Komm! Wow! Ein Abrissbierner. Zwei rote Fässer. Leon! Ich glaube, die ist gleich weg. Eine Abrissbirne. Das mache ich. Kein Witz. Lernt ihr sowas heute in der Schule? Klar, Langsdienst, du Baggerführer. Becker! Alarm! Ich kümmere mich um die. Ich glaube, da ist mehrere Wellen, sollten wir auch den Fässer zurückhalten. Ah. Ich nehme Sie! Das machen! Ich nehme Sie! Ah! Ich nehme Sie! Abstand Komm Ah Kack Oh, oh, oh Aufnehmen, aufnehmen Aua Oh, mein Tusch Na, das war's noch nicht Glaube, jetzt kommt noch jemand mit einer Kettensäge Wer so nett nach einem Arsch tritt fragt, sollte ihn bekommen Oh, schoen Oh, schoen Wir lernen es einfach nicht. ich bin versammelt benutze man raketenwerfer nicht jetzt bin ich hier schon wieder eingeklemmt mecker nur noch wow hier mal gestorben mal neustart der lift Was ist das? 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 Was? Was? Komm Ashley! Hast du das gesehen? Das war so cool! Solltest du zu deinem Beruf machen. In einem Meldet für den anderen weniger. Übermächtige Bedrohung beseitigen Inkubationsstation mehrere Personen berichten davon eine mysteriöse Leiche herwandeln gesehen zu haben sicher das Ergebnis irgendeines vorkommenden Instruments kann sich jemand von ihrem Elend befreien erbärmliches Dasein beenden Und jetzt mal, was ist ihr? Und das ist, dass wir uns in diesem Spiel verloren können. Wir haben unsregulant, indem wir uns aus dem Abkommen. Und nicht nur das, wenn wir uns lesen können, ist es so schön. Und deshalb sind wir uns hierhin, dass wir uns in unseren Weg finden. Und dann geht uns zu dem Weg. Und dann probiere ich uns diese Ge interference. Und dann können wir uns au been. Oh, jetzt ist es mir ein Schlafen, wenn wir uns hierhin immer wieder guttunen können. Ich bin nicht so schlecht. Wir wissen, was mit der Figur passiert, mit ihr. Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Nein, du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler.